Zur Erklärung, Leon hat den mit reingenommen, weil das irgendwie so, das ist so ein Facebook-Junkie. Das ist so ein Typ, der auf Facebook lustig ist und wir wissen alle, was das bedeutet, weil man auf Facebook lustig ist. Man ist nicht lustig. Ach, meine Güte. Ob der mal pünktlich ist? Nö, das kennt er nicht, wa? Oh, ist ganz langweilig. Hoffentlich tanzt er mal an, der Junge. Sonst schmier ich dein Auto wieder an. Aber nichts mit Nutella. Nein, ich grüße, du, echt. Immer dasselbe, du. Es ist so langweilig. Ja, schön aufs... Was hast du wieder geplant, Digga? Gar nichts, hab ich geplant. Ein bisschen Blubber auf deine Kabel. Aber es ist kein Prank, ne? Nein, kein Prank. Schwör. Was? Schwör. Wie bitte? Schwör mal, Digga. Was meinst du denn? Ich hab keinen Bock auf Break jetzt, Digga. Wir steigen jetzt rein. Alter, ist das geil! Zwei Euro auf Start, sein Nacken. Auf Start, sein Nacken. Ehrenmann, dankeschön für die Spende. Lass mal aktualisieren hier. Alter, ist das geil! Jetzt geht's ja ab hier. Tanzverbot richtiger Ehrenmann-Doppelpack. Dankeschön. Grüße gehen raus an alle Spenderino-Rinos. Oh nein. Okay. Du bist skeptisch? No, man, komm. Lass es halt hier kommen, Digga, lass rein. Das Auto, das ist schon krass. Das sieht zwar von hinten Hurensohn aus, aber das ist ein geiles Auto. Und guck, bei hinten läuft... Und das ist halt so diese Hintergrundaktion, die man macht. Ich würde gerne mal wissen, wie kann man mit YouTube so viel Money machen, dass man so ein Auto fährt? So, ich bin in aller Munde, mache 200.000, 300.000 Aufrufe auf meine Videos und ich kann so ein Auto nicht fahren. Also, ich denke, ich weiß nicht, selbst so ein Leasing kostet so ein Auto 1.500 und so was. Ich raff das nicht. Wie machen die das? So, Leon, Alter. Lass dich mal überraschen. Okay, er hat einen Waffelladen. Gut. Was hast du denn wieder vor, du altes Haus, ey? Nichts mit dir, nein. Altes Haus. Altes Haus, blöde ich. Alter, Alter. Man, du bist so langweilig. Schatzwegen und plane, damit die Gewitterwolken mal vorbeiziehen. Putzig dir dein Auto heute. Korrekt, natürlich. So, Einer, da sage ich nicht nein. Das ist das Beste, was es gibt jetzt momentan auf dem Markt. Sie hat einfach drei verschiedene Sonnenkulten. Das ist egal. Geil. Warte mal, lockt. Ach, komm, Mann. Ja. Kann dir mal irgendwer, irgendwer für unwahr... Apropos Bibi, habt ihr diesen Post heute gesehen? Den müsst ihr euch angucken. Da bin ich heute nicht drauf klargekommen, wo ich das gesehen habe. Bibi, Bibi's Beauty-Fotze. Hier. Ja, super. Habe mein Handy gerade mal seit einem Tag und schon ist es so ein komischer Pixelfehler, der nicht mehr weggeht. Ich bin nicht mehr geworden. Dann gucke ich... Hä, was hast du denn fotografiert? Vielleicht hat du... Vielleicht hat du das Handy fotografiert. Mach dir ein Screen von ihrem iPhone-Bildschirm. Und ich denke mir, ist das ihr ernst? Hat die Alte... Hat die Alte versucht, einen Pixelfehler zu screenshotten? Ich bin darauf heute nicht mehr geworden, wo ich das gesehen habe. Alter, ist das geil! EXSL95 ist ein richtiger Cardman D. Ich bin... Ich habe mich nicht mehr einbekommen. Die 23-jährige Baby-Divis kann ich nicht ernst meinen. Alter, guckt euch diesen Post an. Ich habe das heute nicht realisiert. Guckt mal, ich mache einen Screenshot von meinem Pixelfehler. Alter, ist das geil! Gönnt euch diesen Post. Ihr müsst... Ihr... Ich...